Moin Leute, was geht ab? Boah, ich hab gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil es so kalt ist. Aber wir würden heute den Trick machen, weil ich... Ich mach's jetzt gerade lieber hier nicht so, weil dann würde ich's machen. Also, das ist so ein Trick, muss ich jetzt klebern, drum an, dann kann ich rein machen. Das funktioniert, das ist angeblich, weil ich hab's funktioniert, beziehungsweise ich wieder, wenn ich klebern drum gemacht habe. Und dann bis gleich. Okay Leute, unsere fertige Wasserbombe. Ich setze sie nochmal rein, dann testen wir jetzt, dann bis gleich. Und... So hab ich gemacht, aber was ist jetzt, wenn ich explizit? Also, ich hab's nochmal extra abgebunden. Guckt euch erst mal, wie das anwendet, ob's wieder funktioniert, ich hab richtig Angst, das zu machen. Soll ich jetzt machen? Ich hab Angst. Denkt ihr, das funktioniert? Nee, ich möchte immer nochmal klebern drum, ich bin sicher. Dann bis gleich. Ey, okay Leute, also, ich hab's nur richtig abgemacht. Ich hab Angst, das zu probieren, aber wir machen's jetzt. So Angst. Ey, ich hab grad wirklich echt Angst, Leute. Was ist denn anfeboxiert? Ich mach Klebeband mal weg. Äh, okay. Der Trick funktioniert tatsächlich. halt nur... Was zum Teufel? Oh nein, ich bin nicht nass. Äh, Leute, also funktioniert wirklich, aber wir probieren es nochmal neu. Wartet hier, ich komm nicht wieder. Ey, das war echt ein ganz schöner Fail. Ich mach jetzt mal so. Das war echt ein ganz schöner Fail. Egal, das ist nochmal später weg. Also, das ist jetzt hier der Ballon und es ist jetzt die Reform gebeten, den ich sie aufzufüllen. Halt nur, meine Frage ist gerade hier. Ach komm, scheiße. Warum? Ich will nicht. Aber ich... Okay, doch, ich mach. Okay, ich mach erstmal rein. Oh nein, ich hab den Schüttel vergessen. Fuck, ich komm nicht wieder. I have the Schüttel vergessen aus dem Weg. I have the Schüttel vergessen. Ich brauch den Schüttel. Ich brauch den Schüttel, das Wadern und that's the end of the bubble. Schwabbel, the end of the bubble, Bananenabbel, nicht mit Schlappeln, ins Haus rabbeln, glaube ich. Oh Gott, ich muss aufs Klo. Ah, das ist kackt Wasser. Ich komm gleich wieder. Okay, I'm finished. And yet we make that ballon with the weather in the... Ach, warte, was ist, wie das heißt? Kurzmann in mir. Mein Arm hier will getan. Guck hier. Wundervoll. Und jetzt machen wir was dran, scherzen, nämlich in den Schüttel rein und dann bin ich gleich. Juhu. Und ich würde gerne auch fahren. Okay, ich weiß, dass ich mein Blatt von hier war, ich bin das große YouTuber-Seite, aber was soll ich scheiß drauf? Ich find mein Leben gut mit meinen 149 Goats da, mit meinen... meinen Leuten. Das Wasser. And we bring the water in the Dutch. And yet we make it the... What was ich? The ballon in the water. Now we make in the ballon the water. Spend, geh los mit der Dutch. Komm, lass die Schatz jetzt. So, der Tutor-Versuch hat einen Scheiß-Trick mit mir gemacht. Ich hab nicht Wasser, weil die Bombe ist gerade... Ich komm, der explodiert und ich hab mit einem anderen Blauen gemacht. Jetzt ist der ganze Boden voller Wasser, aber Scheiß drauf. Wollen wir später wecken? Jetzt fangen wir von vorne. Oh mein Gott, mein Wasser-Ballon ist echt. Oh mein Gott, wie riesig. Oh mein Gott, schau an. Ey, wenn der jetzt Platz, guck mal. Wenn der jetzt Platz... Junge, ich kann geworfen, ich hab's drauf. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was zum Scheiße mach ich da gerade überhaupt? Also Leute, echt... Also... 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 Echte Knoten... Die Knoten zu machen ist gerade... Okay, danke. Ich film gerade. Ich hab ganz sicher, wie die Scheiße hier funktioniert. Oh, richtig? Ja! Äh, ich hab Angst. Oh mein Gott, der Ballon. Ich hab's dran... Ich will doch manchmal eine Rolle... Oh... Hallo Amy, wie geht's dir, meine Hundin? Die nur schon 13 Jahre alt ist und... Das ist schade. Hier, also... Also Leute, so. Das war unser erster Ballon. Was zum Teufel? Was zum Sche... Okay. Willkommen bei dem düppelsten Kanal der ganzen Welt. Meine Mama hat gesagt, dass ich nicht so viel Luftballons kaputt machen soll. Die hätte sich aber auch mal um das Klebeband kümmern sollen. Weil das ist nicht mal viel. Sie sagt einfach nichts dazu. Junge, wie geil. Ey, ich habe so viel Klebeband benutzt. Ihr seht euch, wenn ich fertig bin. Dann bis gleich und guck. Leute, für drei Kilo, gut, nichts weniger. Der Ballon hat eine winzige Öffnung. Guck mal, eine winzige Öffnung. Okay, Leute. Ich denke, fast niemand ist das mal im Ballon. Okay, dann mache ich ihn jetzt rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, einfach eingefroren. Mama. Komm her. Das musst du dir anziehen. Das musst du dir anziehen. Komm mal her. Oh mein Gott. Wie geil. Huhu. Hey. Dieses... Hase... Warte, Leute. Ich sage es euch noch. Was ist dein Flachdruck? Guck mal, Leute. Guck mal. Das ist einfach... Das ist eigentlich schon nicht angefroren. Aber er hat doch gereicht, an dem Quadrat das zu machen. Zieh doch schluss mal. Zieh doch schluss mal rein, Leute. Guck mal. Er hat doch gereicht, um Quadrat zu machen. Ich weiß, was zieht sich das mal an, wie es aussieht. Guck mal. Junge, das ist, wenn das geil ist. Und dein Schatz für den Hund? Ey, lass mal ein Abo da. Ey, komm. Ich habe es sogar für euch ausprobiert. Das ist echt geil. Leute, probiert es aus. Es ist echt... Oh nein. Mein Gott, nein. Oh mein Gott. Oh fuck. Probiert die Scheiße einfach aus, Junge. Ja gut, es ist einfach geil. Macht es, probiert es aus. Und wir kommen bei Julien's Wissenswert. Und wir kommen bei Julien's Wissenswert. Leute, probiert es aus. Es ist ein geiler Scheiß. Leute, probiert es aus.